Jetzt habe ich Angst vor dem Spiel. Jetzt ist Basti dabei. Jetzt ist Basti dabei, ja. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt eingestellt hatte, ab fünf Spielen ein Detektiv mit reinzunehmen. War doch jetzt das Baby, oder nicht? Ich weiß gar nicht, können wir gleich sehen. Ich bin Innocent. Oh Stefan, komm mal, der Getränkautomat ist da. Ach, geht schon los? Ich bin auf dem Landbildschirm. Was ist denn das für ein Automat? Der ist total verpixelt. Warum ist jetzt hier die Zeit? Warum startet den? Bestimmt, weil noch nicht alle drauf sind, ne? Bei mir steht er bei 33, äh, 30, 29, bis er... Haha. Ich kann auch schon die Waffen einsammeln. Aber ich will die Waffen nicht, weg damit. Jetzt? 436, na gut. So Preparing. Jetzt haben wir es endlich geschafft. Jetzt wolltest du auch schon immer mit mir spielen. Na Preparing läuft doch schon. Ich stehe hier mitten auf dem Feld. Servus, ich komm. Oh nein, 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 ich will meine Waffen fallen lassen. Ich möchte Pizza. Oh, jetzt. Innocent. Wir haben immer noch einen Innocent. Ja, 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 ja. Hier, lass mal tauschen, ich mag lieber was gesondert. Nimm deine Pizza. Ich nehme die Pizza. Ich trau sie nicht, ich trau dir nicht, Basti. Ich trau dir nicht. Natürlich sind wir innocent. Hier hast du eine Melone. Bester Freund hin oder her, ne? Aber... Ey, wird glaube ich dir doch geschenkt. Ja, warte hier. Wow, wer schießt hier? Hier, der zielt schon so hier. Der da. Der da. Wow. 360 No Scope sag ich da nur. Ja, bestimmt Heiko. Ey. Fucking Rainbow, Alter. Ich weiß noch nicht, von wo das kam. Weißt du auch nicht. Wo ist Basti? Hey, hey, hey. Oh. Wer ist das wie was? Guck dir das. Back. Ich bin hinten beim Transporter. Ey, 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 ey. Was ist denn du passiert? Okay. Also beide tot. So, warte, 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 warte. Guck mir das hier erstmal. Heiko? Ja. Der hat auf mich geschossen hier. Alter, der steht dann auf mich. Ja, wie schmeckt das, hä? Wie schmeckt das, hä? Oh. Ja. Heiko, komm mal her, hier ist Party bei mir. Ja? Ja? Gute Pizza. Wie ist das? Ist das Stefan. Ey. Ey, das Raiden oder geht der? Ja, ich hab er gerade angemacht. Ich hoffe auf mich zu schütten Also Ne, wieder weg Stefan, wir sind beide doch alleine, du kannst ruhig rauskommen Vielleicht Tür auf und zu machen Fuck War bestimmt, war bestimmt Heiko Das kann sein Du musst mich teabangen, ne Wir hätten da auf der Straße gestorben, wo ich das gemacht hatte Weiß ich gar nicht Also was du gemacht hast Hey, das ist die Pizza Mit nem Regenbogen Wer hat mich denn da jetzt weggeballert, während ich gerade Dachte, weil da gerade einer Ich gerade Weit danach bin ich Aber mir wurde ich doch gerade so ein bisschen Teabacken Ich bin irgendwo Irgendwo Burscht Gar keiner Ich will die Scheiße nicht haben Ich will die auch nicht haben Von mir wahrscheinlich Das mach ich Ich will aber die Schrott haben Nein Problem ist irgendwie Es ist nur ein Traitor Ja Du schießt das schon auf mich Ein Traitor Ich will noch gucken wie man die Traitor einstellt Oh Wer ist hier an der Tür Wer ist hier an der Tür Nein, Paul Paul, lass mich in Ruhe Ich hau ab Ja, dann geh Warte Warte, noch nicht Noch nicht rauskommen Ich will da jetzt Erst den anderen raus Ah, ich werd beschossen Ich werd beschossen Lass mich weg da Wo wurdest du denn beschossen, Stefan? Weiß ich nicht Von einem anderen Gebäude irgendwie Der Sniper denn da? Heiko? Ne Hei Hei Er kann nicht bestimmt Er kann nicht bestimmt Heiko Hei Oh, wer ist das denn? Oh Stefan Wo ist Basti? Hei Hei Paul, lebst du noch? Ja, ich leb noch Okay, wer hat denn auf dich ge... Ja Das war schon, wo er im Pasta Haus war Ach, der was du? Ja, da hat mich einer angeschossen Von dieser Seite irgendwoher Weg Ich bin hier Baden In meiner Kanalisation Warum ist Konfetti hier so angeschossen? He? Ach, ne Waffe Ich glaub ne Waffe gefunden Heiko, treibst du dich ein? Ich bin hier nicht Stirbt Melone Das ist bestimmt der, der auf mich geschossen hat Oh Was ist das? Wie war's? Wie war's? Das Pansen Das Nick Ha? Ah, Paul war's Na, Nick? Was war's denn? Ach, verdammt Ich glaub, ist da einer vom Haus gefeiert Geht schon los! Nicht Kampf Die Waffe möchte ich nicht Na, Neue Wer hätte denn auf mich geschossen gehabt da? Was? Wer hätte denn auf mich geschossen? Paul kann's nicht gewesen sein Nein, ich wollte einfach nur einen schönen Moment abfragen Also ich bastis mal begrüßen Ah, hier ist Heiko 3, 2, 1 Yeah! Innocent Innocent Ja! Und keiner steht auf dir Ich hab... Okay, Heiko, Heiko schieß doch nicht Heiko ist der Traitor Bin doch gar nicht Ja, noch siehst mich? Gleich nicht mehr Fing schnell Ein... ein Treitor Ein Treitor Der Heiko hat total daneben geschossen Heiko Ich würd ja sagen... Okay Paul ist es Und hast du auch so viel Spaß wie ich? Klick 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 Das Problem ist, dass wir nur einen Traitor haben Ah, zwei werden noch besser los Ja Ach ja, ja ja Das guck ich ja grad nach Ja! Ja, hier steht Oh Oh Ah, ne Ja, da kannst du doch irgendwie einstellen Wie war denn hier auch schon? Einstellen TTT, Trader auf PC, 0,4 Das war doch irgendwie eine Prozentangabe oder so Das heißt, wir sind Trader Ja Das wären dann zwei, fünf Spiele Hey Fünf Spiele Ein zweites Spalter Was hast du gemacht? Na, wurscht du wohl? Jetzt kann ich ja mal kurz einstellen Und dann muss ich den Server nur kurz neu starten Na Alter Oder so Dann gib das mal Stell ich das mal kurz hier ein Das heißt, wir auch Ich beschütz dich nur Nick Ja Ich auch Nee, ich stand hier die ganze Zeit Ne Disco Ja Der ist AFK, ich beschütz dich Komm ab, ich brauch dich nicht Nee, glaub ich brauchst du nicht Erst nach der letzten Runde wird das aktiv Hahaha Disco 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 Denselben hat doch der Nick vorhin gemacht Mit der Zeit Disco 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 Los, Paul gibts zu Los, wie schreibt man Innocent? Buchstabier, los Buchstabier Gut Buchstabier, ist los Wer war's jetzt? Paul Na los, Buchstabier doch mal Na los, Buchstabier doch mal Buchstabier Na los, Buchstabier doch mal Buchstabier Da brauchst du jetzt doch gar nicht einkaufen, Alter Da brauchst du jetzt doch gar nicht einkaufen, Alter Auf C, auf C Paul Paul Oh, da laut, ey Da hat er plötzlich Hat er plötzlich gestanden und eingekauft Irgendwas hast du doch bestimmt eingekauft Irgendwas hast du doch bestimmt eingekauft Da kann ich nirgends einkaufen